und er heute wieder ein tipp um auf andere gedanken zu kommen ich stelle ihnen das buch von henry sesar das tödliche telefonbuch vor es ist eine sammlung von kriminalgeschichten aber ganz ungewöhnlichen ganz andersartigen kriminalgeschichten als man sie kennt sie haben immer wieder einen hintergründigen witz und führen immer wieder zu unerwarteten pointen lesen sie immer mal zwischendurch so eine kriminalgeschichte ganz anderer art und kommen sie auf andere gedanken viel spaß beim lesen so so so